Hallo und herzlich willkommen beim Le Club Arco Hotel Tester. Heute übernachte ich im Novo Hotel Suite Paris Rossi Charles de Gaulle. Das Novo Hotel Suite Paris Rossi Charles de Gaulle ist übrigens ein Vier-Sterne-Airport-Hotel. Als Platinum-Member im Bonusprogramm von Le Club Arco Hotels werde ich bei jeder Hotelübernachtung mit exklusiven Aufmerksamkeiten und besonderen Leistungen belohnt. Ich werde also überprüfen, ob ich als Platinum-Member von den 10 Privilegien profitieren werde. Das Hotel kann somit 10 Punkte erreichen und mehr, wenn es besondere Leistungen bietet. Übrigens, es gibt vier Mitgliedskarten. Die Klassike, die Silber, die Gold und die Platinum. Steigen wir ein in ein exklusives Hotel-Erlebnis. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wish I'd be close to you Everything's I'm still here Everything's I'm still here I'm walking alone 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 10% auf den Hotelpreis als Member I'm walking alone 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 Das Novo Hotel Paris Rossi Charles de Gaulle Airport hat vier Punkte erreicht Nun, ich stelle fest In diesem Novo Hotel hat man als Le Club Platinum Member nur sehr, sehr wenige Privilegien Nun, nicht vergessen das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren Und natürlich auch vorbeizuschauen bei meiner Top 100 Club Argon Hotelliste Und in diesem Sinne Au revoir